Wer steckt hinter all den Medienlügen? Wer steckt hinter Hütte, Verarmung und Krieg? Wer zerstört die Umwelt und unsere Gesundheit? Und zieht am Schluss aus allem, aus allem Gewinn? Ich weiß nicht, wer das tut, doch das läuft ganz klar nach Plan ab. Also gibt es ne Agenda, eine Strategie? Gegen uns und dem Gegner sind wir niemals überlegen, außer wir haben die bessere Strategie. Einsheit, das ist mehr als unsere Zuflucht. Einsheit, sie wird manch entscheidend sein. Einsheit, in der Praxis wird zu Power. Einsheit, keiner steht am Schluss allein. Einsheit, keiner steht am Schluss allein. Keiner steht am Schluss allein. Wir wollen alle Frieden, definitiv. Teilen und beherrschen lassen wir uns nicht mehr. Stattdessen halten wir Kriegsrat und vertrauen einander, werden kohärent in derselben Strategie. Wir haben uns entschlossen und es ist uns egal, was du glaubst und wen du wählst und was du isst. Aber uns ist nicht egal, ob du mit uns fielst, ja, ob du praktisch mit hilfst oder nicht. Einsheit, das ist mehr als unsere Zuflucht. Einsheit, sie wird manch entscheidend sein. Einsheit, in der Praxis wird zu Power. Einsheit, keiner steht am Schluss allein. Gemeinsam strategische Perketu. Egal wer man ist und was man glaubt, das macht uns unüberwindbar. Gemeinsam strategische Perketu. Egal wer man ist und was man glaubt, das macht uns unüberwindbar. Einsheit, das ist mehr als unsere Zuflucht. Einsheit, sie wird manch entscheidend sein. Einsheit, in der Praxis wird zu Power. Einsheit, keiner steht am Schluss allein. Einsheit, das ist mehr als unsere Zuflucht. Einsheit, sie wird manch entscheidend sein. Einsheit, in der Praxis wird zu Power. Einsheit, denk ich bald. Einsheit, die Kraft. Einsheit, diese Zielgeräte. Einsheit, die veränderten Sie, Einsheit, die Kraft. Einsheit, diese Zielgeräte. Die Kraft. Vielen Dank.